Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und feiern sage und schreibe dieses Jahr 125 Jahre, Jordi AG. Damals 1897 hat mein Ur-Urgrossvater die Firma gegründet und in einem alten Roststall die erste Druckmaschine reingestellt. Das war der Beginn einer grossen Geschichte der Jordi AG, die ich mit meinen drei Brüdern in der fünften Generation leite. Wir glauben an Print und verfolgen deshalb einen klaren Printfokus in einer digitalisierten Welt. Wir haben vier Bereiche. Erstens hochwertige Drucksachen mit Veränderungen und allen Varianten, die man dann noch dazu produzieren kann. Zeitschriften, Mailings und runden das Ganze mit unserer Online-Druckerei Prinzessin.ch, die auch als eigener Brand fungiert und uns auch ganz viele Türen öffnet schweizweit. Wir bedienen NPOs, Agenturen, also kreative Organisationen, kulturelle Organisationen, Verbände, Verlage und KMUs. Zusammengefasst Kunden, die an Print glauben und dessen Wirkung ganz neu entdecken wollen. Wir arbeiten seit vier Jahren mit Hunkeler zusammen und erleben ein Miteinander, das auf unsere Bedürfnisse eingeht. Die Diskussionen erfolgen lösungsorientiert und entscheidend aus unserer Sicht ist die problemlöse Kompetenz von Hunkeler. Die Qualität und Erfahrung im Finishing-Bereich hat uns sehr überzeugt und auch als Schweizer Hersteller schätzen wir diese Nähe sehr. Gerade im Mailing-Bereich sind wir auf Qualität und Stabilität der Anlage angewiesen. Und die Integration der Finishing-Strasse mit unserem Inkjet-Drucksystem erlaubt uns im Format SR-A3 beidseitig individualisiert zu drucken, zu schneiden und zu perforieren. Das erlaubt uns beste Inline-Anwendungen für die Einzahlungsscheine, Gutscheine, Coupons und datengetriebene Kampagnen. Unsere Hauptanforderung war die Stabilität der Anlage und die damit verbundenen Produktionsprozesse. Wir haben auch damit bezweckt, dass wir mehrere Produktionsschritte zusammenlegen konnten und so effizienter werden konnten. Effizienzsteigerung kombiniert mit Stabilität. Genau das haben wir uns vorgestellt. Im Mailing-Bereich können wir so nahezu alle Formen der Individualisierung kombiniert mit Perforation umsetzen und das in einem Arbeitsschritt und auf höchstem Qualitätsniveau. Also individualisiertes drucken, perforieren und schneiden. Und aus unserer Sicht ist das eine Voraussetzung, um Schlagwort Programmatic Printing anzubieten und somit Print hochindividuell und wirkungsvoll den Empfänger in seinem Bedürfnis und Geschmack anzusprechen. Die Zusammenarbeit mit Hunkeller haben wir sehr geschätzt und positiv erlebt. Das Projekt wurde sauber aufgegleist, mit uns koordiniert und schrittweise auch umgesetzt. Insbesondere die Kommunikation in der Projektführung war maßgeblich für den Erfolg des Projektes verantwortlich. Und zum Schluss wurden auch unsere Leute sehr gut im Handling des Doku-Trims geinstruiert und geschult als Spitze.